Roy Bleck war ein deutscher Schlagersänger und Schauspieler, der in mehreren deutschen Musikfilmen und in der Fernsehserie Ein Schloss am Wörthersee mitwirkte. Leben Gerhard Höllerich wurde als ältester Sohn des Kaufmanns Georg Höllerich und dessen Frau Elisabeth geboren. Er besuchte in seinem Geburtsort Strassberg, südlich von Augsburg, die Volksschule. 1958 übersiedelte die Familie Höllerich nach Göggingen, heute ein Stadtteil von Augsburg. In der Fuggerstadt besuchte Gerhard Höllerich das Holbeingymnasium Augsburg, machte dort das Abitur und wollte Biologie studieren. Er entschied sich dann aber aus finanziellen Gründen für ein Studium der Betriebswirtschaftslehre, das er nicht abschloss. Erste Erfolge erstmals öffentlich sang Höllerich im Fasching 1963 in der Band The Honky Tonks, die in der Augsburger Kneipe Charlies Affenstall auftrat. Am 14. September 1963 gründete er mit den Musikern Günther Ortmann, Dieter Schwedes, Peter Schwedes, Helmut Exenberger und Dieter Sirch die Rock-N-Rollband Roy Bleck in his Cannons. Sein Pseudonym, Roy Bleck, verweist zum einen auf sein schwarzes Haar, das ihm den Spitznamen, Blackie, eintrug, und zum anderen auf sein Idol, den amerikanischen Sänger Roy Orbison, dem er den Vornamen entlieh. Roy Bleck in his Cannons hatten ihren ersten offiziellen Auftritt, laut der Roy Bleck-Chronik von Manfred Langner und Arno Löb, am 6. Dezember 1963 im Augsburger Tanzclub Femina, was eine abgebildete Anzeige aus der Augsburger Allgemeinen belegt. Sie spielten aber auch als Coverband mit Liedern von Elvis Presley bis zu den Beatles in den drei großen US-Kasernen von Augsburg. Am 16. Juni 1964 gewannen Roy Bleck in his Cannons einen Talentwettbewerb bei einem Schülerball im Augsburger Moritzsaal. Von diesem Auftritt der Cannons erfuhr der Polidor-Produzent Hans Bertram durch einen TV-Bericht, als er gerade in München weilte. Er schrieb von Köln aus an das Holbein-Gymnasium, die Schule von Roy Bleck, um mit Gerhard Höllerich Kontakt zu bekommen, wie das Originalschreiben im Besitz des Roy Bleck-Biografen Arno Löb belegt. Am 25. August 1964 wurde aus Gerhard Höllerich, Roy Bleck, und am 1. September 1964 erhielt er einen Plattenvertrag. Roy Bleck brach sein Studium der Betriebswirtschaftslehre in München ab, um sich auf die Musik zu konzentrieren. Die beiden ersten Singles von Roy Bleck in his Cannons, aufgenommen im Sommer 1964 hießen Sweet Baby Mein und Darling My Love. Die erste wurde ein kleiner Achtungserfolg, nicht zuletzt durch den Einsatz eines Augsburger Automatenaufstellers, der für kurze Zeit Roy Blecks Tourmanager wurde. Die zweite Single war kein Erfolg. Die dritte Single Du bist nicht allein, die Bleck ohne the Cannons sang, wurde sein erster kommerzieller Erfolg. Diese Soloaufnahme erreichte im Winter 1965 die Top Ten der deutschen Hitparaden. Hinter den Rolling Stones mit Satisfaction, den Birds mit Mr. Tambourin Man und den Rainbows mit Bala Bala kam sie bis auf Platz 4. Der Autor Arno Löb ist der Meinung, dass besonders Elisabeth Bertram, die Ehefrau des Produzenten, die bei Radio Luxemburg großen Einfluss auf das Programm hatte und die Platten ihres Mannes einsetzen ließ, die Karriere von Roy Bleck beeinflusst hat. Durchbruch mit dem Lied Ganz in Weiß nach dem Text von Kurt Hertha und der Musik von Rolf Arland wurde Bleck im Frühjahr 1966 schließlich zum Schlagerstar in Deutschland. Rund 2,5 Millionen Singles wurden verkauft. 1966 erschien unter dem schlichten Titel Roy Bleck das erste Musikalbum des Künstlers. Im Jahr 1967 wirkte Roy Bleck erstmals in einem Musikfilm mit Paradies der Flotten Sünder, produziert von Karl Spieß mit Hans-Jürgen Bäumler, Willi Milowitsch, Ralf Wolter und Lu van Burg. Der Film lief im Frühjahr 1968 in den Kinos an. Seine erste Hauptrolle erhielt Bleck in Immer Ärger mit den Paukern, der im Herbst 1968 auf die Leinwand kam. Bleck zur Seite stand Uschi Glas. Auch in Hilfe. Ich liebe Zwillinge. Hochwürden drückt ein Auge zu, wer zuletzt lacht, lacht am besten und wenn mein Schätzchen auf die Pauke haut spielten sie zusammen. Bis 1969 erreichten alle Singles von Roy Bleck die Top Ten. Er war regelmäßig in der von Dieter Thomas Heck moderierten ZDF-Hitparade vertreten. Im Januar 1969 erreichte Bleck dort mit Ich denk an dich den 1. Platz. Im Jahr 1970 sang Bleck das Lied der ARD-Fernsehlotterie Ich hab geträumt, das Glück kam heut zu mir. Im Jahr 1971 wurde ihm die Moderation der Fernsehshow Hätten Sie heute Zeit für mich? Angeboten, er lehnte jedoch ab, und Michael Schanze übernahm die Moderation. Im Duett mit Anita Hegerland, einer zehnjährigen Norwegerin, hatte Roy Bleck im Herbst 1971 seinen letzten großen Erfolg. Schön ist es auf der Welt zu sein, ein Kinderliedschlager, den er auch in dem Musikfilm Wenn mein Schätzchen auf die Pauke haut in den Kinos präsentierte. Der Titel hielt sich 18 Wochen in den deutschen Top Ten. Im selben Jahr erschien zum Film Grün ist die Heide ein Album, das eine Vertonung von Gedichten von Hermann Löns war. Danach hatte Roy Bleck keinen großen kommerziellen Erfolg mehr. Im Herbst 1974 trennte er sich von dem Produzentenpaar Hans und Elisabeth Bertram. Im Jahr 1973 verlobte sich Roy Bleck mit dem Fotomodell Silke Fagts, die auch als Layouterin bei dem Teenie-Magazin Bravo arbeitete. Die beiden heirateten am 30. April 1974 in München. Am 1. August 1976 kam Sohn Thorsten auf die Welt. Löb schreibt in seinem Buch, Bleck habe, um Geld zu verdienen, in den 1970er Jahren einen Live-Auftritt nach dem anderen absolviert. Er brachte jährlich oft über 250 Auftritte hinter sich. Löb schreibt weiter, das Finanzamt habe versucht, Bleck per Taschenpfändung zur Zahlung ausstehender Steuern zu veranlassen. Bleck trat aus der Kirche aus, um die Kirchensteuer zu sparen. Silke Höllerich bestätigt diese Vorgänge in ihrem Buch. Der Grund für das finanzielle Desaster soll darin gelegen haben, dass Roy Bleck sein Millionenvermögen unredlichen Beratern anvertraute, die in ihre eigene Tasche wirtschafteten. Eine Theatertournee im Frühjahr 1975 mit dem Stück »Warum lügst du, Cherrier?« Von Roy Bleck wurde zum Misserfolg. Im Sommer 1978 wurde Wolfgang Kaminski neuer Tourmanager. Zuvor war Bleck von seinem Bruder Walter Höllerich betreut worden. Mit Wolfgang Kaminski ging es wieder aufwärts. Mit ihm startete Roy Bleck mit Orchester eine Bäder-Tour an Nord- und Ostsee. Nach einem Konzert in der Royal Albert Hall in London und Tourneen durch die DDR hatte Roy Bleck Mitte der 1980er Jahre wieder berufliche Erfolge. Im Sommer 1983 erreichte sein Lied »Wilde Kirschen blühen« früh wieder vordere Plätze in den Schlagerhitparaden. Jedoch nicht in den Verkaufslisten. Am 26. November 1985 wurde Roy Bleck von seiner Frau Silke geschieden. 1984 erschien das Album »Dafür dank ich dir« mit teils Neuaufnahmen seiner Hits, teils neuen Liedern. Es war sein erstes Album seit sechs Jahren und zugleich seine erste CD. Im Februar 1986 erschien Herzblut, und bescherte ihm mit Liedern wie »Wahnsinn« und »In Japan geht die Sonne auf neue Popularität«. Am 25. Mai 1986 brach er in Folge eines Herzfehlers zusammen, wurde ins Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke eingeliefert und erhielt einige Wochen später in München zwei neue Herzklappen. Aber schon am 3. Dezember 1986 trat er in Berlin wieder vor 3000 Fans auf. Letzte Arbeit und Tod von Dezember 1990 bis zu seinem Tod wohnte Bleck im nordrhein-westfälischen Herdecke im Ennepe-Ruhrkreis. Er hatte dort gemeinsam mit Tommy Steiner ein Doppelhaus erworben, dessen eine Hälfte Bleck mit seiner Lebensgefährtin bewohnte. Sie brachte am 14. September 1991 die gemeinsame Tochter Nathalie zur Welt. Von RTL Plus bekam Bleck 1989 eine Hauptrolle in der Fernsehserie »Einschloss am Wörtersee« angeboten. In der Serie, in der zahlreiche Gaststars mitwirkten, spielte er den Hotelchef Lenny Berger. In der gleichen Zeit trat er mit dem von Drafi Deutscher komponierten Lied »Wie ein Stern am Horizont« in einigen Fernsehsendungen auf. Am 2. Mai 1990 nahm sich Roy Blecks Vater Georg Höllerich das Leben. Roy Blecks letzte Single-Erfolge waren Auskopplungen aus seinem letzten, von Dieter Bohlen produzierten Album »Rosenzeit«. Im Mai 1991 kam »Frag Maria« auf Platz 67 der Radiocharts und im August des Jahres erreichte »Ich träume mich zu dir« dort Platz 39. Am 18. September 1991 hatte Roy Bleck seinen letzten Fernsehauftritt im Deutschen Fernsehen in der ZDF-Hitparade mit Uwe Hübner. Am 9. Oktober 1991 starb Roy Bleck im Alter von 48 Jahren an Herzversagen in seiner Fischerhütte in Heldenstein, wo er sich allein aufhielt. Nach einem Bericht der Bild-Zeitung aus dem Jahr 2011 soll bei der Obduktion ein Blutalkoholwert von 3 Promille festgestellt worden sein. Der obduzierende Gerichtsmediziner Wolfgang Eisenmenger wollte diesen Wert jedoch nicht bestätigen. Spekulationen einiger Medien um einen Suizid durch übermäßigen Alkoholkonsum in Verbindung mit den von Roy Bleck regelmäßig eingenommenen Herzmedikamenten konnten trotz der eindeutigen Diagnose des Herzversagens nie widerlegt oder bestätigt werden, da die Staatsanwaltschaft kein toxikologisches Gutachten in Auftrag gegeben hatte. Diese Hypothese wurde jedoch sowohl von seiner Lebensgefährtin als auch von seinem Bruder ausgeschlossen. Roy Bleck wurde unter seinem bürgerlichen Namen Gerhard Höllerich in seinem Geburtsort Straßberg bei Augsburg beigesetzt. Das Grab ist zur Pilgerstätte für Roy Bleck-Fans geworden. Jedes Jahr veranstalten sie in Augsburg, Bobingen oder Straßberg Gedenkfeiern. Persönlichkeit Silke Höllerich beschrieb ihren Ehemann als einen einerseits phasenweise sehr empathischen, liebevollen Menschen, andererseits als paranoiden, geizigen Egozentriker, der sie vor anderen lächerlich machte, sie betrog, keine Beziehung zu seinem Sohn Thorsten aufbauen konnte und im Alltag von seiner Familie und seinem Freundeskreis dieselbe Verehrung erwartete wie von seinem Publikum. Zeit seines Lebens soll Roy Bleck Probleme gehabt haben, die Gratwanderung zwischen seiner Rolle, der Kunstfigur, Roy Bleck, und seinem privaten Ich, Gerhard Höllerich, zu bewältigen. Besonders mit dem Verlust dieser Anerkennung durch das Publikum in den 1970er Jahren konnte er wohl nur schwerfertig werden. Diese Erfahrung machte ihn depressiv, sagte Silke Höllerich. Sie selbst starb laut Medienberichten im Jahr 2002 an der Einnahme einer Überdosis Schlaftabletten. Roy Bleck wurde als »Schnulzensänger« vielfach kritisiert, seine Schlager waren auf dem Radiosender Ö3 des österreichischen Rundfunks aufgrund des gegen ihn gerichteten Schnulzenerlasses verboten. Er selbst konnte sich mit dieser Rolle nie identifizieren. Der Filmproduzent Karl Spies berichtete über ihn, er riss gerne Witze über sich selbst, vor allem, wenn er sich unglücklich fühlte. Sein Lieblingswitz, wie bekommt man das Gehirn eines Schlagersängers auf Erbsengröße? Einfach aufblasen, ähnlich äußerte sich seine mehrfache Filmpartnerin Uschi Glas. Ich versuchte ihn immer wieder davon zu überzeugen, dass er auch den Roy richtig mögen und akzeptieren sollte. Das war aber einfacher gesagt als getan. Auch Thomas Gottschalk sprach in seiner Trauerrede dieses Thema an. Als Gerhard Höllerich verstand er es, anderen Hoffnung und Mut zu machen. Obwohl er selbst ohne Hoffnung war. Als Roy Black hat er gestrahlt und wurde bewundert. Obwohl er selbst gelitten hat und voller Zweifel war. Mögen die beiden in der Ewigkeit zusammenfinden. Die Medien erinnerten daran, dass der Star, der in den 1970er Jahren an privaten Enttäuschungen, Alkoholexzessen, Depressionen, gesundheitlichen Problemen und musikalischen Flops litt, mit seinem Comeback im Fernsehen und der Geburt seiner Tochter erst kurz vor dem Tod sein Leben augenscheinlich wieder in den Griff bekommen zu haben schien. Freunde und Vertraute wie Dagmar Berghoff und Toni Marshall, die an die Freitod-Theorie glauben, sind von einer Kurzschlusshandlung überzeugt. Berghoff wird im Fokus zitiert. Er musste ja oft ganz andere Dinge machen, als er wollte. Er sträubte sich, aber er tat es dann doch. Nach seinem Tod am 9. Oktober 1996 wurde der deutsche Fernsehfilm Du bist nicht allein – die Roy Black Story zum ersten Mal ausgestrahlt. Die Titelrolle übernahm der deutsch-österreichische Schauspieler Christoph Waltz, der dafür bei den Baden-Badener Tagen des Fernsehspiels im November 1996 einen Sonderpreis erhielt. Die öffentliche Meinung über den Film war geteilt. Während manche ihn als authentisch ansahen und die Handlung anhand der Biografie Roy Blacks nachvollziehen konnten, hielten einige Medien den Film für überzogen und betitelten ihn als »krasse Schwarz-Weiß-Malerei«. Im Jahr 1999 erschien die Single der Wanta Priester. Das Lied wurde durch Zufall auf einem alten Tonband wiedergefunden und von Polidor 1999 produziert. Eine weitere unveröffentlichte Aufnahme mit dem Titel »Sie ist nicht mehr« da wurde 2016 im Rahmen einer TV-Dokumentation über seine Karriere erstmals veröffentlicht. Im Frühjahr 2000 wurde dem Leben des Roy Black das erste deutsche Schlagermusical »Gans in Weiß« gewidmet, das von Blacks Biograf Arno Löb geschrieben und von der Berliner Agentur »Valentino« produziert wurde. Die Uraufführung von »Gans in Weiß« fand in der Augsburger Kongresshalle statt, wo Black einen seiner letzten Auftritte hatte. Black wurde bei diesem Musical von Claudio Maniscalco dargestellt, der die Roy Black-Titel auch live sang. Im Jahr 2004 wurde in der RTL-Show die ultimative Chartshow, die erfolgreichsten Sänger ermittelt, dass Roy Black in Deutschland der erfolgreichste Sänger der letzten 40 Jahre war. Zudem bekam er insgesamt 13 Goldene Löwen von Radio Luxemburg. In Augsburg wird seit 2012 der »Roy« verliehen, Roy Black ist hierbei Namensgeber für den Augsburger Poppreis. In Welden am Wörthersee wurde anlässlich seines 20-jährigen Todestages eine umstrittene Büste aufgestellt, die allerdings später gestohlen wurde. Eine zweite Büste wurde am 15. September 2020 aufgestellt, die aber auch vier Tage später gestohlen wurde. Auszeichnungen 1966 Bravo Otto in Bronze 1966 Radio Luxemburg zwei Löwen in Silber 1967 Bravo Otto in Gold 1967 Radio Luxemburg zwei Löwen in Gold 1967 Billboard Trophy Top Artist of West Germany in Amerika verliehen 1968 Goldene Schallplatte für Ganz in Weiß 1968 Bravo Otto in Gold 1968 Goldene Europa 1968 Radio Luxemburg ein Löwe in Silber 1968 Das goldene Radio der Starparade 1969 Für den Film Hilfe ich liebe Zwillinge zweimal die goldene Leinwand 1969 Bravo Otto in Gold 1969 Goldene Europa 1970 Bravo Otto in Gold 1970 Radio Luxemburg ein Löwe in Gold 1970 Goldene Europa 1971 Goldene Europa 1971 Bravo Otto in Silber 1971 Radio Luxemburg je ein Löwe in Gold und Silber 1971 Goldene Europa 1971 Der goldene Sendeturm Für Sänger des Jahres von Radio Luxemburg 1972 Bravo Otto in Bronze 1972 Radio Luxemburg ein Löwe in Gold 1972 Krawattenmann des Jahres 1972 Goldene Europa 1973 Radio Luxemburg ein Löwe in Gold 1975 Goldener Wurm 1976 Goldene Drehorgel 1976 Goldene Drehorgel 1977 Radio Luxemburg ein Löwe in Bronze 1977 Goldene Drehorgel 1978 Goldene Drehorgel 1979 Goldene Drehorgel 1980 Hermann Löns Medaille 1980 Hermann Löns Medaille 1980 Hermann Löns Medaille 1980 Goldene Drehorgel 1981 Goldene Drehorgel 1981 Goldene Stimmgabel 1981 Goldene Europa 1982 Das goldene Herz für mehr als eine Million verkaufte Einheiten 1984 Goldene Stimmgabel 1986 Radio Luxemburg ein Löwe in Bronze 1987 Radio Luxemburg ein Löwe in Bronze 1987 Radio Luxemburg ein Löwe in Bronze 1989 Goldene Stimmgabel 1989 Goldener Nürnberger Trichter 1990 Goldene Stimmgabel 1990 Goldene WAZ Mikrofon 1990 Ehrenantenne in Gold 1991 Ehrenantenne in Gold wurde von Tommy Steiner entgegengenommen